Musik 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 Wir haben eine Maschine auf einer Seite stehen. Wir müssen zwei, drei auf einer Seite stehen. Wir müssen das alles gespielt. Einfach nur hin. Und ihr blockt mit allen. Dann haben wir die blau. Wir müssen die blau. Tavi, Training einmal anders. Was habt ihr gemacht? Erklär mal das System. Also System heute, ganz neues System haben wir heute gemacht. Wir haben mal in Rugby gespielt. Wir hatten vier Teams, haben jeweils immer sechs gegen sechs gespielt. Ja, und ich glaube, das waren immer zehn Minuten oder so in einem Spiel. Der Ballführende muss einmal getoucht werden quasi und dann ist er out of order. Ich muss einmal den Ball wieder auf dem Boden touchen und dann geht es wieder von vorne los. Es war richtig touchy. Hat Spaß gemacht? Ja, aber es hat super Spaß gemacht. Vor allem, weil ich halt noch in der Siegermannschaft war und dementsprechend haben wir ziemlich gut getoucht heute.